Zum Herrgott wollen wir bitten und euch verkünden, die wir. Biosynklos, davon soll oft geheils erzählt, der weiße Möchbiet hierin. Zwölf Räume hausten im tiefen Wald, ihr Hauptmann war guter Jahr. Viele Christen starben durch ihre Hand, ehrlich und froh immer dar. Raubten viel Geld und viel Kostbargut, raubten bei Tag und Weihnacht. Bis dann aus vierter Toderjahr wurde ein Mitten gebracht. Tags überschwellt mit der liebsten Ehr, nachts führt der Raubzüge aus. Dann aber plötzlich durch Gott, dem Herrn, ihm das Gewissen erwacht. Stil nahm er Abschied von seiner Schar, ließ Murd und Raubzüge sein. Räumütig in Geris Klos, der Land, Gott und dem Menschen zum Heil. Gott, der Land, Gott und dem Menschen zum Heil. Amen.